Hallihallo, hier ist wieder euer Darth Stefan zur nächsten Folge Let's Play Minecraft. Ich wünsche euch viel Spaß und Unterhaltung mit diesem Part. Und wünsche euch noch einen schönen Tag, BZW Abend, wann auch gerade ihr die Folge schaut. So. Jetzt haben wir uns gleich noch ein bisschen Holz zu holen. Oh, zu und zu. Jede Menge Holz. Ich glaube, ich habe hier unten noch was zu bauen gehabt, weiß ich gar nicht mehr. Letzte Aufnahme ist schon eine Zeit her. Heute, wo ich die Folge aufnehme, ist der 1.1.2016. Ja, er hat richtig, der 1.1.2016 ist heute. Wurscht aufnehmen. Das neue Jahr hat schon begonnen, seit ein paar Stunden. Ich nehme gerade die Folge auf für die neue Woche. Für die erste Woche in diesem Jahr. Und ja, wie seid ihr so ins neue Jahr gerutscht? Mit Familie, Freunden oder alleine? Ich hoffe auch, dass ihr alle gut reingerutscht seid in das neue Jahr. Ohne Probleme oder dass euch ein Böller irgendwie explodiert ist in der Hand und so weiter. Ich hoffe, dass sich alles ruhig abgelaufen ist. Ohne größeren Probleme. Es wäre sehr schön, dass du isst. Ich brauche doch meine Community. Ich brauche doch hier fleißige Zuschauer. Ja, ja, so ist das, ne? Naja, so, ähm, wo tue ich die jetzt mal hin? Dann tue ich die mal hin. Die rein. Weil, Tür brauchst grad nicht. Alter Handy, halt's Maul. Daraus erschreckt mich mein Handy grad voll, ey. Oh Mann. Doch nicht dein Handy. So, alles weg. Die lass ich auch mal hier unten. Okay, drück. Lass ich auch hier. Den Aimon nehme ich mit. So. Dann mach ich zu, weil hier was drin ist. Sicher ist sicher. Äh. Achja, hier war auch Aufgang. Jetzt war ich gleich verwirrt. Hehehe. Liegt wahrscheinlich an meine Müdigkeit grad, weil ich bin wirklich etwas müde zurzeit. Ich muss schon immer das gehenden grad verkneifen. Hehehe. Dass ich euch hier nicht folge, ne? Hehehe. Hehehe. Das wäre nicht so schön. optisch. Granit. 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 Será ist in das? Ey, mein G staffer. Es liebtfolk. Hallo Z scroller. Hallo Zombie. Vai nach jumpre hinter each Poke. Egend DanTION! Hallo Schäubert. hallo niemand okay so das glas wollte ich ja noch ausgeben dass der block noch reicht reicht noch als ich dir gut ja auch ist das ist gut ich werde mir mal das was ich hab hält nicht mehr lange entschuldigt wenn ich gerade nicht so viel rede ich kämpfe ja auch gerade bitte mit meiner müdigkeit habe ich um fünfte und bin auch jetzt hätte ich aufgemacht in der fieschaft hatte ich nicht gehabt von silvester zum neuen jahr mehr als zu sein und nehme ich gerade irgendwie voll übermüdet mein maincraft auf ich hoffe das merkt man nicht so stark dass ich so übermüdet bin so gut so wieder die höhle so gut antwortet auf handy nebenbei einiges nach hinten ja noch viel aus der wand zu hacken muss ja auch mal noch mal die gelegenheit müssen wir alles auffüllen was macht jetzt noch sind da keine fackeln an der tür so muss es doch sein hier ist mir auch ein bisschen dunkel kann ich auch noch fackeln das wäre hell wunderbar da kann ich mich ja wieder raus getrauen glaube ich so einfach muss ich schauen wo der creeper ist halt mal wow wow fuck you hey hässlon hab schon gekotzt siehst so hässig aus greift mich die spinne einfach an alter ich bin hat wohl schluss nicht gehört da waren die zombies alle scheiße steht der creeper noch genau der tür so heißt ihr wisst dass ich rauskomme sie ist ja lustig aus ne aber hast vor sich schnauze schnauze das haben wie du bist bin dort oder ich doch lieber hat hingelaufen ich nicht dass wir was weg sprengt wusste der krieger ist dieser ließ worden kann doch jedoch irgendwo vor uns keine lust dass die mir hier meine fassade aus der decke sprengt da war auch mal weg unbedingt da so da war dieses kleine miese auch loch du kleiner matter verheiratet nächstes mal gefrisch aus dem maul du du mal kleiner alter sich bumm macht ja jetzt auch einfach nur verjagt er mich ja noch ich lieber hasse so süß ihr auch aussieht in diesem techter pack ihr seid dumme schweine man 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 so so ist es das war ja mal ein bisschen schön sieht sonst voll katt aus jetzt hier alles voll stein ist so besser habt ihr das gesehen da kam das scheiß körper von hinten angeschlichen hat sich bumm gemacht ey ich krieg die kratze so alles schön zu glas verdeckt von oben bin ich mal sicher ich überleg schon aber schon zu wasser drauf macht dass ich hier wasser drauf haue in die schicht aber dann mach ich mir erst noch davor paar eimer sonst renne ich mich ja noch zu tode ich muss hier noch bisschen dreck hin schmeißen also was mir da nicht wegläuft hab ich ja keine erde mehr oder was doch hier dachte ich hätte keine erde mehr so wie es natürlich aussieht ich will auch was also you du weiter so entschuldigt die repressung so kann ich hier wasser einfüllen das wasser verdeckt hier oben eigentlich kann ich das idee künstliche quelle dann mache ich das mal das brauche ich nicht mehr dieser brauche ich auch hat nicht das brauchst du gerade nicht erst habe ich hier unten und alles aber habe ich schon so so 3 3 und 4 einmal so so reichen für einmal eigentlich was soll ich mehr machen 6 die dürfen reichen wenn dann noch richtig und nicht falsch suche ich mal eine runde wasser der mensch die folge war ich bin ja eine folge zeit ich über sie die folge ich gerade da lieber ruhig schweinchen bis du das nächste da dran ist so ich meine hütte verabschiede mich für diese folge ich hoffe es hat euch spaß gemacht auch wenn ich etwas müde bin und nicht so viel geredet habe und wir sehen uns dann zur nächsten folge wieder bis dahin euer dass steffen mögge macht mit euch sein meine jungen padawanne tschau mit v und wie immer selbe stelle selbe welle euer dass steffen